Wir begrüßen nun Herrn Yassin Manuel Schwarz, der extra von uns aus Wien angereist ist und uns tägliche Erlebnisse im Alltag ohne Maske erzielen wird. Yassin! Hallo Salzburg! Hört man mich? Hört man mich? Ja. Mein Name ist Yassin Schwarz. Mein Name ist... Hallo Salzburg, jetzt hört man mich. Wunderbar. Sehr schön, so viele Menschen hier am Residenzplatz zu sehen. Es ist nämlich verdammt wichtig. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Yassin Schwarz. Ich bin 41 Jahre alt, war sehr lange selbstständig im Bereich Sicherheitstechnik und auch über 30 Jahre im Sport tätig. Liebe Mitmenschen, es ist Zeit, Zeit aufzustehen. Zeit, das Schweigen zu beenden. Für unsere Kinder, für unsere Alten, für die Armen, für alle, die gerade ihren Job verlieren und vor allem für unsere Zukunft. Ich für meinen Teil werde nicht warten, bis ich meinen Job verliere. Ich habe meinen Job nämlich hingeschmissen. Ich sage euch auch warum. Um mich 24 Stunden für den Widerstand einzusetzen. Denn... Denn das ist nicht mehr das Land, in dem ich groß geworden bin. Ich habe wahrscheinlich, so wie ihr alle, den ersten Lockdown, ohne nachzufragen, mitgemacht. Aber schon noch ein paar Tagen wurde mir bewusst, da stimmt was nicht. Wenn wir eine Pandemie haben, dann müssten doch Leute sterben, wie es uns der Herr Kurz so eindrucksvoll vermittelt hat. Jeder von uns wird jemanden kennen, der an Corona verstorben ist. Muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, was sich der Herr da erlaubt hat. Wie gesagt, ich war sehr lange selbstständig im Bereich Sicherheitstechnik und war deswegen bei Einbruchsopfern zu Hause. Und wenn man das einmal miterlebt hat, wie sehr diese Menschen von Angst erfüllt sind und wie das logische Denken plötzlich nicht mehr funktioniert, wie panisch diese Menschen sind und auf keinerlei logische Argumente mehr reagieren, dann weiß man, was zur Zeit im Großteil der österreichischen Bevölkerung los ist. Die Regierung schürt jeden Tag Angst und Panik über die Medien. Und leider spielen diese Hauptmedien auch noch mit bei der ganzen Geschichte. Ich bin aus Wien und ich muss sagen, ich bin gestern hier nach Salzburg gekommen und habe das ein bisschen miterleben dürfen. Ich muss sagen, hier in Salzburg ist das noch relativ human. Ich wurde weder am Bahnhof noch beim Spar oder irgendwo auf einer Tankstelle wegen einer Maske angesprochen. In Wien aber stellt sich die Situation bereits ganz anders dar. Ich wurde mehrmals beschimpft, bespuckt und mittlerweile auch von einem Busfahrer körperlich attackiert. Ich habe versucht, das anzuzeigen, doch meine Anzeige wurde von der Polizei leider nicht angenommen. Ich muss aber dazu auch sagen, es gibt bereits sehr viele Polizisten, die sich sehr korrekt verhalten. Als jemand, der seit sechs Monaten keine Maske trägt, und ich sage euch eins, niemals werde ich eine Maske tragen. Ich kann euch nur den Rat geben, lest euch die Covid-Verordnung durch. Wer den Paragrafen 11, glaube ich, Absatz 3 kennt, es gibt keine Maskenpflicht. Niemand muss eine Maske tragen, wenn er das nicht will. Deswegen fordere ich euch auf, legt die Masken ab. Da meine Freunde wissen, dass ich sehr engagiert bin zu diesem Thema, werden mir mittlerweile auch sehr viele Fälle zugetragen. Ein ganz schockierender Fall ist ein siebenjähriger Junge, der in Wien im zehnten Bezirk zur Schule geht. Und der wurde bereits in der ersten Schulwoche als Maskenpolizist eingeteilt. Ich muss ganz ehrlich sagen, da hat es mir die Sprache verschlagen. Nicht nur, dass unsere Kinder bereits zu Denunzianten erzogen werden, auch möchte die Politik, dass wir uns nicht mehr treffen, in Kaffeehäusern, auf Plätzen, in Sportstadien. Also, sozialer Kontakt ist nicht mehr erwünscht. Aber warum? Geht es vielleicht darum, dass sich die Leute nicht mehr treffen sollen, um diese Pandemie zu thematisieren? Gibt es vielleicht deswegen in der Presse keine zweite Meinung? Wieso wird ein Dr. Bhakti und viele, viele weitere renommierte Ärzte totgeschwiegen? Wieso bekommen sie keine Redezeit im ORF? Wir werden, wir, die Maskenlosen, wir leben noch in der alten Realität. Viele Menschen, speziell die die Masken tragen, leben aber bereits in der neuen Realität. Und die können sich gar nicht vorstellen, was man alles ausgesetzt wird, wenn man keine Maske mehr trägt. Ich wurde unlängst als, gut, Maskenverweigerer ist schon Standard, asozial, aber was mich wirklich schockiert hat, war das Wort, ich bin ein Gefährder. Nun ja, möge es sein, dass ich ein Gefährder bin. Da bleibt mir manchmal echt die Spucke weg. Was passiert in der Gesellschaft? Wir werden gespalten. Es gibt keinen Diskurs mehr. Wie ist das normalerweise in einer Demokratie? Da gibt es die eine Meinung und dann gibt es die andere Meinung. Dann geht man einen Schritt aufeinander zu und im Idealfall trifft man sich in der Mitte und es gibt einen Konsens. Das, was aber hier gerade stattfindet in unserem schönen Land, ist einer Demokratie unwürdig. Und ganz besonders tut mir das weh, weil ich auch Sohn eines tückischen Einwanderers bin und ich oute mich da jetzt, speziell, weil uns da jedes Mal die Nazi-Keulen um die Ohren fliegen. Ich habe Grün gewählt. Ja, liebe Freunde, ich war Grünwähler. Ja, mittlerweile müsste ich mich selber ausbuhen. Also, liebe Bundesregierung, hier stehen auch Grüne, hier stehen Rote, hier steht Schwarze. Wir sind die Mitte der Gesellschaft. Wir sind nicht irgendwer. Wir sind die, die euch bezahlen. Als Wiener bin ich mit sämtlichen Nationalitäten und Ethnien aufgewachsen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr stolz darauf, in meinem Freundeskreis Afrikaner, Mexikaner, Serben, Türken, Albaner, alle möglichen zu haben. Das ist Österreich! Das ist Österreich, richtig. Wir lassen uns nicht spalten. Ich möchte auch noch ein ganz wichtiges, wie ich finde, Wort besprechen. Und zwar ist es das Wort Zivilcourage. Viele Leute verstehen dieses Wort komplett falsch. Zivilcourage ist es nicht, im Bus auf jemanden zu zeigen und sich zusammenzurotten, weil er keine Maske trägt. Sondern Zivilcourage bedeutet, für Recht einzustehen, wenn jemandem anderen Unrecht passiert, obwohl man Nachteile zu befürchten hat. Das, meine liebe Freunde, das ist Zivilcourage. Und ich fordere von euch allen diese Zivilcourage ein, helft euch, seid solidarisch, nicht dieses solidarisch. Das ist feig, sonst gar nichts. Eine Maske, sich hinter der Maske zu verstecken, ist feig. Ich verstehe natürlich, dass viele sich noch nicht trauen. Aber ich glaube, die Menge heute hier beweist, immer mehr Menschen werden mutig. Und das ist auch verdammt nötig. Bravo! Ich möchte euch gar nicht mehr viel länger translieren. Zum Abschluss möchte ich euch einfach nur sagen, steht auf, habt Mut. Und wir sind im Recht und sie betreiben Unrecht. In diesem Sinne, danke Salzburg fürs Zuhören. Das nächste Mal nimmt jeder von euch einen mit, dann sind wir doppelt so viele. Freiheit, danke. Vielen Dank, Yassim, für deinen Einsatz und für die Rede. Ihr bekommt dort immer wieder brandaktuelle neue Infos. Auf Facebook gibt es die Gruppe Österreich ist frei. Dort hat sich die erste Polizistin mehr oder weniger geoutet und hat ihre Bedenken zu diesen Maßnahmen bekannt gegeben. Dann gibt es die Gruppe Bewegung 2020. Auch dort beitreten eine weitere letzte Gruppe noch, die Friedenstauben Österreich. Schaut auf Facebook, schaut auf Telegram, informiert euch, vernetzt euch. Danke. Dazu möchte ich auch noch kurz was sagen. Unser Verein hat natürlich auch eine Telegram-Gruppe. Wer Interesse hat, einfach kurz am Infostand nachfragen, dann kriegt ihr dann die Zugangsdaten. Ja, ich kann es, ich kann es nie, ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Mal Industries, das sind nicht mehr slow am Motorrad Scott.